Jo Freunde, willkommen zu diesem Video und zu einem neuen XP-Trick in Fortnite Chapter 3 Season 1. Das Ganze ist eine Route für euch mit einigen Tipps und Tricks am Start. Ich glaube, der will vielleicht sogar dahin, wo ich hinfliege. Und ja, ich zeige euch auf jeden Fall die Route und hier, wie ihr wirklich schnell leveln könnt im Battle Pass. Und bevor es losgeht, falls ihr noch Bock auf ein Gaming-Mauspad habt, dann schaut doch mal bei meinem Partner Kata Games vorbei. Die haben wirklich extremst heftige Mauspads, hier alle in XL-Größen. Einmal 90x40 oder auch hier wirklich ein super XL, 120x60 und wirklich super Eigenschaften, ja auch perfekte Gleiteigenschaften, kann ich bestätigen. Falls ihr euch was bestellt, ihr habt kostenlosen Versand, ihr könnt das sogar gratis retournieren. Und ja, mit meinem Code Tobi10 spart ihr sogar noch 10% auf die komplette Bestellung. Also, falls ihr Interesse habt, checkt das gerne mal aus, ich packe den Link in die Beschreibung. Und dann würde ich sagen, geht es weiter mit dem Video. Was wir jetzt machen, wir landen erstmal bei Oberknackers Hütte. Der eine oder andere von euch wird die wahrscheinlich noch kennen aus früheren Seasons, weil da kann man erstmal extremst gut looten. Und das ist der beste und nahegelegenste Spot für die Methode, die ich gerade hier mache. Ich markiere es auch gleich für euch nochmal, aber im ersten Fall geht erstmal hier runter, landet direkt hier vor dem Haus. Hier liegen manchmal Waffen, diesmal nicht, ist egal, wir gönnen uns auf jeden Fall mal die Materialien. Und dann direkt hier links und rechts rein, weil meistens liegen hier noch Waffen rum. Und das macht wirklich schnell, weil hier ist öfter mal viel los. Also, wir landen ab und zu mal so noch ein paar Spieler. Ansonsten sind hier relativ viele Bots unterwegs. Ist irgendwie wie so eine Botfabrik, da seht ihr schon, da ist irgendwie der Erste schon wieder unterwegs. Ich glaube, den gönne ich mir mal direkt hier, bevor der hier reinläuft. So, da ist er schon. Einmal weg mit dir. So, zack. Hello, ma dude. Und ja, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, hier kommen öfter mal ein paar Leute rein. So, dann gönnen wir uns auf jeden Fall die Truhen hier an den Baum. Ab und zu steht hier eine Truhe, ab und zu zwei, ab und zu drei. Ihr könnt aber auch Pech haben, dass hier mal keine steht. Hatte ich aber bisher wirklich erst einmal, dass im kompletten Haus nichts war, was extrem komisch war, weil das ist eigentlich nie der Fall. Für jede Truhe kriegt ihr natürlich hier 165 XP. Vergisst übrigens die Munitionskiste nicht. Da gibt es nochmal 100 XP für. Und die brauchen wir natürlich, die ganzen XP, hier auch nochmal. Und die Munition brauchen wir auch. Dann gehen wir mal hier kurz hinter gucken, da ist ab und zu auch was. Diesmal eine Angel, hier ist ab und zu was hinter. Eine Pistole brauchen wir nicht, aber Munition nehmen wir uns mit. Und hier oben drauf sind auch manchmal ein bis zwei Kisten. In der Regel hier rechts oder links. Müsst ihr ein bisschen den Winkel hier abteilen, dass ihr das trefft. So, das nehmen wir uns auch mit hier. Und was wir haben wollen, ist halt erstmal im Bestfall eine Maschinenpistole und oder ein Sturmgewehr. Oder im Bestfall beide mit möglichst viel Munition. Ich habe jetzt noch nicht ganz so viel Munition, also das reicht mir noch nicht hier. Ich hätte gerne noch mehr beim Sturmgewehr. Und bei der Maschinenpistole, das hätte ich auch nie gelassen können. Ich dachte, das wäre eine Maschinenpistole, eine grüne. So, dann geht ihr am besten nochmal hier raus einfach. Und hier ist auch nochmal direkt ein kleines Häuschen. Dort könnt ihr auch nochmal ein paar XP sammeln. In der einen Fall hier nochmal eine Munitionskiste. Gebt nochmal 100. Dann kriegt ihr hier nochmal bei den Fässern jeweils, ich glaube 65. Ja, 65. Nehmt ihr auf jeden Fall mit. Ist zwar nicht viel, aber wenn ihr das oft macht, kriegt ihr viel. Hier drüber ist manchmal nochmal eine Truhe. Diesmal nicht. Deswegen nicht schlimm. So, da schießen noch irgendwo ein paar Leute rum. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Deswegen lasse ich die einfach mal da weiter schießen. Ach, da ist er noch. Ne, gehäcker. Ich dachte, der war da vorne. Wo ist der denn? Hä, der schwimmt einfach im Wasser rum. Und tschüss. So, das holen wir uns mal kurz, dass wir auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Munition und Co. haben. Wobei das, glaube ich, nicht viel sein wird. Aber ist egal. Alles an Material, Munition können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, das sollte auf jeden Fall jetzt reichen. Jetzt gehen wir hier zurück. Und vor der Hütte finden wir immer hier so Quads, die brauchen wir. Ich markiere es mal eben, bevor ihr das überhaupt wisst, wo ich überhaupt hier bin. So, ich bin hier bei Oberknackers Hütte. Die ist genau an diesem Standort hier. Und was wir jetzt machen, wir holen uns einen Quads und fahren jetzt einfach mal hier um das Haus einmal rum. So, man macht das, wie ich gerne hier. Einfach rumfahren. Zack, einmal hier Munition nochmal einsammeln. Um den See hier rum. Und hinter diesem kleinen Hügel finden wir noch eine kleine andere Hütte. Und in dieser Hütte finden wir zu 100% immer einen Lama. Da vorne steht es auch schon hinter diesem Streu. Äh, Heu. Streu. Dann läuft es hier rein. Und meistens läuft es dann halt direkt hier rechts raus. Könnt ihr euch dran, äh, ja, orientieren. Und dann könnt ihr euch das direkt ab, äh, abholen, das Lama. Und hier einmal direkt killen. So. Passt auf jeden Fall auf. Es ist mir auch schon öfter passiert, dass das halt direkt, ähm, so viel läuft. Und dass ich so oft daneben schieße, dass ich das einfach nicht killen kann. Ihr könnt es natürlich auch einbauen. Aber ich bin jetzt nicht der Beste hier im Einbauen. Deswegen, äh, mache ich das einfach mal so. Und das sollte eigentlich dann klar gehen. Passt nur auf, wenn es dann irgendwie blau wird, ne. Jetzt wird es nämlich blau. Und jetzt komme ich auch in Panik. Aber das Ganze hat funktioniert. Und ihr seht schon, ich kriege direkt mal 8000 XP dazu. Und 425 für Lama. Und nochmal Gegner an Schaden. Nochmal 8000 XP. Also mal eben hier 17.000 XP abgegrast hier. Und was das Lama alles fallen lässt. Erstmal sehr nice Sachen hier. Ähm. Ist natürlich ein perfekter Start hier eigentlich für ein Spiel. Hier mit Lama. Ich würde sagen, ich gönne mir auf jeden Fall mal die. Dann gönne ich mir nochmal die hier. Dass wir ein bisschen was haben. Munition haben wir auch genug. Was hat der noch hier fallen gelassen? Stein. Das bauen wir auch noch. Und jetzt haben wir, glaube ich, alles hier eingesammelt. So, und was wir jetzt machen. Ganz wichtig. Wir haben jetzt hier extremst viel Holz, extremst viel Stein und extrem viel Metall. Jetzt gönnen wir uns einfach nochmal hier einen Quad. Ich kann es nochmal markieren, bevor ich hier draufgehe. Ich weiß, hier ist die Oberknackers Hütte. Jetzt bin ich nach hier rüber. Und was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt hier zum Lock Gem Sägewerk rüber. Oder Lock Gem Lamba. Ja, heißt das ja jetzt. So, das ist jetzt einmal da oben. Habe ich mir markiert. Einmal um die Hütte hier rum. Einmal hier hoch. Da schießt schon wieder einer auf mich. Deger, was ist mit dir? Einmal weg. Auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Weil der Sturm kommt. Auch müsst ihr mal ein bisschen gucken, ob das passt mit dem Sturm oder nicht. Ihr könnt es theoretisch an jedem Ort machen. Hier den Trick, den ich euch zeige. Aber bei dem Sägewerk ist es wirklich am besten. Weil hier findet ihr wirklich mit die meiste Anzahl an Truhen in komplett Fortnite. Und ich glaube 30 bis 40 sind hier teilweise. Und auch übrigens Munitionskisten. Aber sind natürlich schon relativ viele Sachen auf. Davon liegt noch ein bisschen was. Müssen wir uns gerade nicht holen. Ich möchte euch den Trick zeigen. Die machen wir auf jeden Fall nochmal auf. Und dann könnt ihr hier die ganzen Truhen aufmachen. Munitionskisten. Und nochmal weiter hier ordentlich XP sammeln. Und dann kommen wir auch direkt zum Trick. Und der geht folglich mit den Truhen. So, ihr habt jetzt extremst viel Materialien. So, was ihr jetzt macht. Ihr geht in eure Aufträge rein. Bei den Meilensteinen. Und ihr habt ja gerade gesehen. Ich habe schon hier das eine gekriegt. Ich gucke mal kurz, wo ist es hier. Bauematerialien ab. Für das Lama habe ich 1500 direkt bekommen. 2500 ist jede Stage. Dann habe ich Gegnerschaden zugefügt. Auch durch das Lama. Zählt auch, komischerweise. Habe ich mittlerweile auch schon Phase 7 von 20. Dann könnt ihr natürlich die Eliminierung farmen. Wenn ihr relativ viele Bots sind. Ich habe gerade erst zwei. Aber, was jetzt wichtig ist. Wir machen hier runter. Bei 12 von 20 Baumaterialien ab. Und wir machen auf rechts unten Auftrag verfolgen. So, und dann seht ihr nämlich unter der Minimap rechts. Habe ich 28.777 von 30.000. Ich hoffe, man sieht es jetzt trotzdem auch, wenn ich im Sturm bin. Wie das Ganze funktioniert. Wir machen jetzt die Truhe auf. Wir stellen es aber daneben und nicht direkt davor. Und dann fällt immer halt einiges raus. Unter anderem hier aber auch Materialien wie zum Beispiel Metall. So, und wir haben ja vom Lama von jedem 500 bekommen. Und haben jetzt noch ein bisschen was mehr. Und jetzt lasse ich das komplette Metall einfach fallen. Und ihr habt gesehen, das geht direkt auf den Haufen. Und jetzt achtet mal oben. 28.777. Ich nehme das jetzt auf. Habe jetzt einfach mal 29.341. So, die gönne ich mir auch nochmal eben. Dann gucke ich weiter. Da oben ist noch eine Truhe. Also das ist komplett voller Truhen hier, dieses Sägewerk. So, jetzt gehe ich hier nochmal hin. Stelle mich daneben. Dass ich die nicht einsammle direkt. So, hier ist zum Beispiel Stein runtergefallen. Und deswegen ist das Lama wichtig, damit ihr halt Holz, Metall und Stein bekommt. Ihr stellt euch wieder vor. Lässt das ganze Stein hier fallen. Zack, es geht wieder auf den Haufen. Und guckt oben. 29.341. Ich nehme es auf. Habe ich 29.963. Hier steht auch nochmal eine Truhe. Ich nehme mal kurz hier so ein bisschen Splashies. So, stelle mich wieder daneben. Mach es auf. So, jetzt seht ihr hier. Ist zum Beispiel Holz rausgefallen. Wieder was anderes. Deswegen gehe ich mal hoch. Holz 714 fallen lassen. Geht wieder auf den Hügel. Ihr seht 29.963. Ich nehme auf. Habe jetzt über 30.000. Und direkt wieder 8.000 XP dazu bekommen. Also ich habe jetzt schon über 25.000 XP hier einfach bekommen. Und ich habe hier auch einen Levelaufstieg irgendwie. Level 120 jetzt. Perfekt. Und so geht das immer weiter. Dann könnt ihr es zum Beispiel jetzt wieder einfach hier neu eintragen. Einmal verfolgen drücken. Dass das wieder angezeigt wird. Und dann könnt ihr einfach hier natürlich weiterlaufen. und noch das ganze Sägewerk hier einfach durchgucken. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die Truhen alle sind. Also geht einfach mal hier durch. Die sind hier echt gut verteilt. Hier sind wirklich 30 bis 40 Stück. Insgesamt. Natürlich dann im Gruppenkallmodus. Aber im Einzelmodus, Solo-Modus findet ihr natürlich auch hier einiges. Deswegen lauft einfach mal hier durch. Guckt, dass ihr die ganzen Truhen findet. Da unten war auch irgendwo noch mal eine. So, die war schon mal auf. Die brauchen wir nicht. Keine Ahnung, wo die andere gerade ist. Da oben ist noch mal eine. Die können wir uns auch noch mal gönnen. Die sehe ich nämlich gerade wirklich hier. So, einmal hier drüber. Kann ich euch auch noch mal zeigen. Also das Ganze funktioniert durchweg. Ihr könnt es bei jeder Truhe machen. Sobald ihr recht viel Holz und Co. habt. So, einmal auf. Dann liegt da jetzt wieder Metall. Ich lasse mein ganzes Metall einfach fallen. Zack, Falllasten. Jetzt nehme ich das ganze Metall auf. Und ihr seht oben wieder 30.737 und 31.300. Und so kann ich das halt die ganze Zeit machen. Medikits mir jetzt gönnen. Splashies mir reinhauen. Und einfach komplett die ganzen Truhen aufmachen. Die hier bei dem Sägewerk verteilt sind. Da hinten sehe ich noch direkt eine. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die überhaupt alle sind hier. Aber hier gibt es extremst viele. Deswegen laufe ich noch mal kurz hier hin. Mach die noch mal auf. Da ist noch mal Stein. So, das lasse ich dann noch mal alles fallen hier. 622. Dann nehme ich das wieder auf. So, dann brauche ich das noch einmal machen. Und dann habe ich wieder 8000 XP direkt drauf. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch hier groß mache oder schaffe. Das Video wird auch, glaube ich, ein bisschen zu lang. Wir sind schon bei knapp 10 Minuten. Deswegen würde ich sagen, höre ich an dieser Stelle einmal auf. Und ja, so geht auf jeden Fall der Trick. So bekommt ihr sehr, sehr schnell XP. Sehr schnell eure Aufträge voll. Und das auf jeden Fall dazu. Wenn euch das ganze Video geholfen hat und gefallen. Sehr gerne Like da lassen. Sehr gerne Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein. Und ciao.